Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ja, meine Lieben, heute möchte ich mal ganz kurz ein Thema ansprechen, was mich ein bisschen ärgert oder traurig macht. Das war auch von Anfang an für mich der Grund außerhalb von meiner Krankheit, zu sagen, ich werde mich, wenn ich diese Fälle hier vorstelle, eigentlich so gut wie nie dabei zeigen. Es gibt ja immer mal so Kommentare, letztes Mal jetzt auch. Gut, es war jetzt nur ein Kommentar, was aber ein paar Likes irgendwie bekommen hatte, dass ja meine Stimme irgendwie ein Graus wäre oder irgendwie sowas. Und mich persönlich tangiert das nicht, aber mich macht das irgendwie traurig, weil ich immer denke, das sind eigentlich wirklich nur Kommentare, die dazu dienen, Menschen zu verletzen. Wenn jetzt Leute hier bei YouTube zum Beispiel die Fälle erzählen und sich dabei zeigen, wird vielleicht das Äußere runtergeputzt. Wenn es dann nicht geht, wird die Stimme runtergeputzt. Dann frage ich mich, warum hört man sich meine Folgen überhaupt an, wenn man meine Stimme nicht mag. Ich hatte das auch ganz lange Zeit mal bei einem True Crimer, dessen Stimme ich gar nicht gemocht habe. Und nach der Zeit wurde es dann irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Aber auch so, ich höre mir oft Entspannungsmeditationen oder so an. Wenn die Stimme nicht passt, klicke ich weiter. Ich finde es nur immer so schade, dass die Leute das dann immer auf so eine, ja, so eine krasse Weise einem mitteilen, sodass es einem wehtun soll, habe ich immer so das Gefühl. Das finde ich immer ein bisschen schade. Also wenn ihr meine Stimme nicht mögt, dann hört doch einfach nicht zu. Und wenn man mal Kritik hat, die man äußern möchte, dann kann man das ja auch würdevoll machen. Wisst ihr, was ich meine? Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. So, meine Lieben, ihr dürft mir nach wie vor gerne Fallvorschläge schicken, ob gelöst oder ungelöst. Einfach per Instagram auf meine Privatnachrichten oder auch, ja, auf meine E-Mail-Adresse steht ja alles immer unten in der Beschreibung. Heute habe ich wieder einen kleinen Fall für euch, einen ungelösten Mordfall. Und wenn ihr den jetzt nicht verpassen wollt, bleibt doch gerne dran. Heute gibt es einen ungelösten Mordfall für euch, der kurz vor Beginn der Wende passiert ist, im Jahr 1989. Und zwar geht es um den Mord an der damals 22-jährigen Carmen Clem. Carmen lebte in Sömmerda in Thüringen bei ihren Eltern und Geschwistern. Und sie war vom Beruf Krankenschwester, aber das wollte sie nicht bleiben. Sie hatte höhere Ziele. Sie wollte studieren und Ärztin werden. Sie war eine sehr hübsche junge Frau, die also noch viele Träume und Wünsche gehabt hat. Ein sehr enges Verhältnis hatte Carmen zu ihrer Schwester Silvia. Die beiden hatten sogar nur zehn Monate Altersunterschied und wurden oft für Zwillinge gehalten und fühlten sich wohl auch teilweise so. Das Verhältnis war also sehr eng zwischen den beiden. Und wie jede junge Frau ging, Carmen auch gern mal tanzen und Spaß haben. Ihre Eltern waren übrigens zu dieser Zeit, wo Carmen dann tanzen ging, gerade im Urlaub. Da beschloss Carmen dann am 1. Juli 1989 mit einer guten Freundin in die Mitternachtsdisco im Jugendklubhaus in Sömmerda zu gehen. Das war damals ein sehr bekannter und beliebter Treff. Heute ist es das Volkshaus. Die beiden tanzten dort ausgelassen und lassen so langsam den Abend ausklingen. Gegen 1.30 Uhr verließ Carmen mit ihrer Freundin die Mitternachtsdisco aber wieder. An der Bahnhofstraße in Sömmerda trennten sich die beiden. Carmes Freundin ging dort ins Schwesternwohnheim, das natürlich angrenzend am Krankenhaus lag. Es heißt, die Freundin von Carmen wollte noch versuchen, sie zu überreden, bei ihr zu schlafen. Jedoch war schon Sonntag mittlerweile und im Laufe des Tages kamen die Eltern aus dem Urlaub zurück und Carmen wollte ihnen eine kleine Begrüßung vorbereiten. Sie ging also alleine dann in der dunklen Nacht nach Hause. Carmen hatte 2,5 Kilometer vor sich, bis sie eigentlich das Elternhaus erreicht hätte. Auf dieser Strecke, wo genau, weiß man bis heute nicht, muss sie ihrem Mörder dann begegnet sein. Carmes Eltern kamen ja am selben Tag aus dem Urlaub zurück und erst haben diese sich noch nichts dabei gedacht, dass Carmen nicht zu Hause war. Als sie dann aber die Meldung erhalten hatten, dass Carmen am 4. Juli noch immer nicht im Krankenhaus auf der Arbeit erschienen ist, das war jetzt der zweite Tag, wurden sie hellhörig, weil das nicht Carmes Art gewesen ist. Aufgrund dessen haben sie dann auch eben nach diesem zweiten Tag, wo Carmen nicht auf der Arbeit war, sie dann als vermisst gemeldet. Mittlerweile steht die Suchmeldung auch in der örtlichen Zeitung. Die Zeitung liest auch Holger S., der damals 28 war. Er wohnte gegenüber von Carmes Elternhaus, einige Stockwerke allerdings höher, wie die Wohnung oder das Haus der Familie war. Holger S. erzählt dann auf der Arbeit, dass er am 2. Juli, also das ist ja die Nacht gewesen, wo Carmen dann verschwand, nachts von seinem Balkon ein Pärchen an der Turnhalle beim Liebesspiel beobachtet haben will. Und der Chef von dem Holger S. wird tätig und erzählt es den Polizisten. Hinter der Turnhalle findet man dann tatsächlich im Gebüsch Carmes nackten Leichnam, im Neubaugebiet neue Zeit. Die Sachen, die Carmen in der Disco angehabt hatte, lagen im nahen Umfeld verstreut. Ihre Schwester Sylvia erinnert sich, wie ein Polizist Carmes Jacke über der Schulter trug. Sie durfte aber nicht zu ihr, hat aber immer die Szene im Kopf, wie sie die Beine gesehen hat, aber nicht weitergelassen wurde. Denn es waren natürlich sehr, sehr heiße Tage gewesen, sehr hohe Temperaturen und jeder kann sich denken, wie Carmes Leichnam dann wahrscheinlich ausgesehen hatte. Und so sollte eben die Familie Carmen dann nicht mehr sehen. Was steht aber fest über den Tod von Carmen? Sie wurde vergewaltigt, auch Spermaspuren fand man. Wie genau Carmen zu Tode kam, gibt die Polizei auch so viele Jahrzehnte später nicht an die Öffentlichkeit weiter. Sie sagen, das ist Täterwissen oder auch eben die genaue Tötungsart. Allerdings habe ich in der Bild-Zeitung gelesen, auch in einem Bericht von denen, da wurde von Erdrosseln gesprochen. Aber wahrscheinlich gibt es da noch mehrere Details, die die Polizei dann eben zurückhält. 120 Ermittler werden damals auch auf den Fall angesetzt. Viele Bewohner sind immer das befragt. Und die Ermittler nehmen sich natürlich auch denjenigen vor, der das Ganze beobachtet haben will, Holger S. Und Holger S. war aber auch nicht irgendjemand. Wie die Familie von Carmen Clem berichtete, soll Holger S., der, wie ich eben schon erwähnte, einige Stockwerke weiter oben gelebt haben soll, auf der anderen Straßenseite, Carmen sehr häufig beim Sonnenbaden auf dem Balkon mit einem Fernglas beobachtet haben. Carmen wollte am Ende schon gar nicht mehr dort liegen, weil sie das so genervt hat. Holger S. verstrickt sich mit seinen Aussagen in Widersprüche. Er verhielt sich komisch nach dem Mord und teilte der Polizei Dinge mit, sogenanntes Täterwissen, was sonst niemand wissen konnte. Er kommt in Untersuchungshaft, die Indizien sprechen damals klar gegen ihn. Auch fand man damals in seiner Wohnung Sachen, die eindeutig Carmen Clem gehört haben. Trotz aber Ausschöpfung aller zum Teil sehr aufwendigen Ermittlungsmöglichkeiten, 32 Vernehmungen mit ihm wurde jedoch nicht eindeutig dadurch bewiesen, dass Holger S. Carmen umgebracht hat. Er kam am 5. Dezember 1989 aus der U-Haft und mischt sich direkt am 7. Dezember 1989 unter 28 Redner einer Wendedemo vor dem Sömmerder Rathaus. Als er an der Reihe ist, sagt er, er sei in dieser Stadt aufgewachsen und, was dieses Jahr mit meinem Leben passiert ist, ist eine Schweinerei. Ich kann euch mit reinem Gewissen in die Augen schauen. Ich habe den Mord an dem Mädchen Carmen nicht begangen beziehungsweise habe damit nichts zu tun. Auch äußerte er, Carmen gar nicht zu kennen. Aber das kann ja schon mal nicht stimmen, zumindest vom Sehen muss er sie gekannt haben. Aber da Holger S. ja auch freigelassen wurde, hielten die Ermittler natürlich nicht nur an ihm fest. Sie befragten auch viele Schichtarbeiter von damals, die auf Carmen nach ihrem Feierabend getroffen sein könnten und sicherlich auch Besucher der Disco an dem Abend. Und es trauten sich auch viele Frauen in der Nacht nicht mehr alleine raus oder eben nach der Arbeit, wenn sie Spätschicht hatten, nicht mehr alleine nach draußen. Und in dieser Zeit wird auch Carmen beerdigt. Ihre andere Schwester Annetta erinnert sich, dass bestimmt mehr als 1.000 Leute gekommen waren und Carmen in einem weißen Sarg beerdigt wurde. Da gab es damals auch so ein paar Streitigkeiten, weil es wohl hieß, nur Kinder werden in einem weißen Sarg beerdigt. Also dafür musste die Familie richtig kämpfen zur damaligen DDR-Zeit. Aber nicht nur dieses Schicksal hatte die Familie Clem wegzustecken. Auch Schwester Christel starb nur mit 56 Jahren nach einer schweren Krankheit. Und auch die Eltern von Carmen und ihrer großen Familie leben heute nicht mehr. Carmens Mutter war früh gezeichnet vom Tod ihrer Tochter und soll von heute auf morgen sehr, sehr graue Haare bekommen haben. Also da sieht man mal, wie auch den Körper das richtig stark in Mitleidenschaft zieht. Und auch Tochter Silvia hat drei Versprechen ihren Eltern zu Lebzeiten gemacht, die sie gerne noch einlösen möchte. Eins davon ist nämlich noch offen. Sie sagte oder versprach ihren Eltern, sie bis zum Lebensende zu pflegen. Das hat sie durchgesetzt. Sie sind ja verstorben und bis dahin hat sie sie wohl gepflegt. Und dann haben die Eltern sie gebeten, Carmen umbetten zu lassen. Auch das ist passiert. Silvia wohnt nämlich ganz, ganz nah in einem Friedhof. Von ihrem Garten aus kann sie sogar die Gräber sehen. Das konnte man auf einem Video erkennen. Und hat Carmen dann eben umbetten lassen. Und das Grab von Carmen und ihren Eltern liegt jetzt quasi in ihrem Garten. Das ist natürlich auch nicht so üblich, aber das darf man wohl und das gibt ihr Halt. Und dort sitzt sie dann auch auf einer Bank, raucht sich eine Zigarette, spricht mit ihnen und hat halt oft auch das Gefühl, ja, dass die drei ihr einfach auch zuhören. Und sie hat so ihre Schwester bei sich, die so grausam zu Tode kam. Und ihre Eltern liegen jetzt alle quasi vereint in ihrem Garten. Ist mal etwas, was nicht alltäglich ist, aber irgendwo auch ein schöner Gedanke, finde ich. Nur das letzte Versprechen, den großen Wunsch der Eltern oder natürlich auch der gesamten Familie, Carmen's Mörder zu finden, den konnte Silvia ihren Eltern noch nicht erfüllen. Aber sie hat trotz dessen, dass sie wirklich nicht viel verdient als Verkäuferin, eine Belohnung sich zusammengespart von 10.000 Euro. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da hat sie sowieso nicht viel Geld, aber gibt dann ihr Geld eben aus, um eine Belohnung auszusetzen, damit man endlich den Mörder ihrer Schwester findet. Und sie sagt eben auch, es soll dem Täter nicht so leicht gemacht werden, deswegen auch halt die hohe Belohnung. Und er soll immer das Gefühl haben, dass die Familie diesen Fall nicht ruhen lässt und hofft, dass er sich vielleicht irgendwann doch alleine stellt, weil er mit der Last nicht mehr leben kann. Und was ich auch noch ganz kurz anmerken wollte, das hat jetzt aber nichts mehr mit der Schwester zu tun. Man hat ja, wie ich am Anfang sagte, Spermaspuren vom Täter gefunden. Allerdings konnte man damit ja 1989 noch nichts anfangen. Aber dieses Material davon wurde so eingelagert, dass heute beim Öffnen sofort die DNA zerstört werden würde, wie wohl einige Tests mal gezeigt haben, wo sowas eben dann untersucht wurde. Und die Ermittler haben jetzt eben die große Hoffnung, dass es irgendwann bald Verfahren gibt, mit denen man das ändern könnte, um eben da die Täter-DNA noch rausziehen zu können, um den Täter finden zu können. Also salopp gesagt, diese DNA-Spur ist leider zum jetzigen Zeitpunkt nichts wert, soweit ich das richtig verstanden habe. Sonst hätte man ja auch längst den ehemaligen Nachbarn von Carmen komplett ausschließen können damit. Und seit 33 Jahren sucht halt die Familie jetzt schon den Mörder von Carmen kleben. Und ich finde das von ihrer Schwester wirklich Chapeau, was sie da leistet, diese hohe Belohnung anzusetzen. Und auch das mit dem Grab, das sind einfach Dinge, die berühren einen persönlich, finde ich. Und ja, wie gesagt, 33 Jahre ist das Ganze jetzt her. Und wenn er in ihrem Alter war, also in Carmens Alter, könnte er heute um die 50 bis 60 sein, also durchaus noch leben, der Mörder. Und ich hoffe auch, dass er vielleicht irgendwann mit dieser Schuld nicht mehr leben kann. Und ich finde das immer so traurig, da ist die eine Schwester schon tot, die Eltern verstorben. Aber der Mörder ist bis dahin nicht gefasst und sie haben zu Lebzeiten keine Aufklärung mehr bekommen, die Angehörigen. Und das finde ich immer so schlimm, weil da gibt es so viele Fälle. Da fällt mir jetzt spontan noch der Vater von Tristan Brübach ein und Friederike von Mühlmann, der Vater, ist ja vor kurzem gestorben. Und einige andere Fälle, die einfach nur traurig sind. Und ja, das lässt die Angehörigen dann unwissend zurück. Ihr Lieben, das war jetzt schon die kleine Folge zum Tod von Carmen Clem. Da gibt es nicht ganz so viel Informationen, weil es ja auch zur Wendezeit passiert ist und schon recht lange her. Trotzdem wollte ich den Fall mal vorstellen, weil mich das auch irgendwie so ein bisschen berührt hat, ja, was die Schwester da auch alleine schon alles so auf die Beine stellt und diesen Fall eben auch nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer. Ich frage euch das ganz häufig am Ende. Ich weiß, kanntet ihr diesen Fall, weil er ja damals noch in der ehemaligen DDR passiert ist? Und ich bin zum Beispiel auch nur durch die Sendung Bild, Achtung, Fahndung darauf gestoßen und auch durch eine nette Zuhörerin, die mich da noch mal vor kurzem erst darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich hatte den Fall zwar mal gesehen in der Sendung, aber hatte den irgendwie so ein bisschen ja im Hinterkopf nur und ja, vielen Dank, dass du mich noch mal darauf aufmerksam gemacht hast und ja, wie immer interessiert mich natürlich auch eure Meinung zu dem Fall und ja, Kommentare, wenn sie denn nett ausgedrückt sind, auch Kritik, darf gerne mal geäußert werden zu meinen Fällen, solange das eben freundlich passiert. Ich nehme natürlich sonst auch mir mal Kommentare vor. Ich habe auch mal Kommentare gelöscht, wenn die unter die Gürtellinie gehen, wenn das zum Beispiel Angehörige lesen und da wird richtig schlimmer Mist geschrieben oder auch Beleidigungen zum Glück selten auf meinem Kanal, aber die lösche ich dann. Also die Arbeit braucht man sich eigentlich gar nicht machen. Die sind dann vielleicht höchstens einen Tag unter dem Video oder vielleicht bei Instagram, obwohl da hält sich das eigentlich in Grenzen mit den bösen Kommentaren. Ja, aber auf jeden Fall war das jetzt die kleine Folge über Carmen Clemen und ich würde mich freuen, wenn ihr, ja, zur nächsten Folge wieder einschaltet und ich sage bis dahin, eure Lia.